Wie geil ist das? Also du hast diese Runde, das Holzhänker, du holst den Berg unten. Du kannst dich nicht coolen. Wenn du ein Gentleman bist, hättest du ein Ital oder ein SM gekauft. Wenn du so richtig sophisticated bist. Wenn du keine Manieren hast, hast du dir ein Montreal geholt. Und allen gesagt, ich fahre mal ein Montreal. Und der Berg gehört mehr. Ja. Ich vertraue den Reifen nicht, den Bremsen nicht, aber... Also der Motor, du bist da noch nicht so ganz drin, habe ich das Gefühl. Aber merkst du denn, wie geil das ist? Doch, ich merke das schon. Hallo. Und der Schwimmer ist jetzt gerade, da werden noch 1.500 bekommen.